Hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive. Heute schon das zweite Video und BMW bringt eine neue Einstiegsmotorisierung in den BMW i4. Der BMW i4 e335 stellt in Deutschland ab November 2022 die neue Einstiegsmotorisierung für das rein elektrische Grand Coupé dar. Die dritte Modellvariante verfügt über BMW iDrive Technologie der fünften Generation. Mit einer Leistung von 210 kW, also 286 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Newtonmeter wird die Hinterachse angetrieben. Für den Sprint von 0 auf 100 kmh benötigt diese Modellvariante 6 Sekunden. Die Reichweite des BMW i4 e335 im gesetzlichen WLTP Zyklus beläuft sich auf bis zu 483 km. Die Serienausstattung soll unter anderem das auf der Basis des BMW Operating System 8 entwickelte BMW iDrive der jüngsten Generation einschließlich BMW Curved Display und das BMW Live Cockpit Plus samt Navigationssystem BMW Maps umfassen. Der kombinierte Verbrauch wird zwischen 15,8 und 18,7 kWh auf 100 km angegeben. Das 4,78 m lange Fahrzeug verfügt über vier Türen, eine große Hecklappe sowie über einen Radstand von 2,86 m. Die Hochvoltbatterie fasst brutto 70,2 kWh, netto stehen davon 66 kWh zur Verfügung. Die Ladeleistung beträgt maximal 180 kW an DC und 11 kW an AC. So könnte unter idealen Bedingungen innerhalb von 32 Minuten der Akku wieder von 10 auf 80% State of Charge aufgeladen sein. Sobald wir weitere Informationen haben, lassen wir es euch wissen. Was sagt ihr? Wird euch der auch reichen? Also mir persönlich schon. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren, hinterlasst auch gerne ein Like für den Algorithmus und natürlich, falls noch nicht geschehen, um weiterhin auch umfassend informiert zu bleiben, ein Abo. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion. Euer Jens. Ciao. Vielen Dank.